Heute gibt es nochmal ein Rätsel-Abenteuer-Spiel. Und zwar sind wir als Grenzkontrolle unterwegs in einer Welt, wo nur noch KI herrscht. Wir müssen also Roboter überprüfen, die über die Grenze wollen. Das heißt, wir müssen alles mögliche überprüfen, Ausweise und all sowas Verrücktes. Das ist total abgefahren. Das Spiel ist verfügbar für MetaQuest, Playstation VR 2 und PC VR. Ich zeige euch heute die Quest 3 Version. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Danke an meine Sponsoren Voodoo.s VR, Open-Man-Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! So Leute, willkommen im Spiel. Hier sind wir und wir haben hier ein paar Einstellungsoptionen, Gameplay, Uhren, Arm, links, rechts, Untertitel, Sprache. Hier sehen wir die Steuerung. Und hier kann man dann noch zwischen Stehen und Sitzen, Gleiten oder Teleport und die Geschwindigkeit natürlich vorm Gehen. Ja, und ich würde sagen, wir starten mal. Ich habe selber noch nicht gezockt, wir erkunden das jetzt gemeinsam. Bin sehr gespannt, wie es wird. Tag eins. I have adjusted your alarm from the usual 2pm time, as your monthly health examination is due today. The city issued Medibot is here now. Medibot. Moin Genial Kann ich diesen Scheiß hier ausmachen Danke Was So jetzt Guck mal wie langsam wir jetzt gehen Und jetzt würde ich mir halt wünschen Ich kann in die Optionen zurück Geht nicht Du kommst nicht raus Oder Ne Ich nehm mal die Flasche Boah Wie langsam kann man eigentlich gehen Das ist ja irre Ja Hund Don't worry There is no wrong answer Wrong Hä Ja Ja dann mach mal Verdammt It has already been deducted From your next month's food allocation As such Taco Tuesdays have been downgraded to Tuesdays Please stamp here to confirm the results of the test Stamp Oh So Oh Oh da warte mal Ah Hier So So geht das Okay Ah Puh Äh Was Wie Was soll ich machen Hier drauf drücken Hey Yo Wow Müllwagen So sehen die Müllwagen der Zukunft aus Interessant Äh Und jetzt Und jetzt Was Was Boah cool Warte mal, soll ich mal die Untertitel anmachen? Genau, machen wir mal an, ne? Sie haben vielleicht ein wunderschönes Verhältnis von einigen der robotischen Arbeitseite gesehen. Die Gears, die durch die Stadt stecken. Well, um zu verhindern, dass die Bekämpfung erfolgt und für alle Sicherheit. Eine Reihe von Checkpoints wurden um die Stadt gelegt, um die robotische Reise zu verhindern. Und diese Checkpoints werden von dir verhandelt. Ein kleiner Grupp von glücklichen Menschen werden auf random und gefordert. Real-Live Jobs. Die Gewinner werden alle ein Bewerbungen bekommen, als ich den Button zu Ende dieses Verkaufs. Wir haben alle diese Zeit auf jeden Fall mit einer Gruppe-Gruppe-Gruppe-Gruppe. Danke. Oh, uh-huh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Ah, da ist es. Okay Also wir sollen an die Oh guck mal Wow Das ist ja cool Na dann mach ma Tja Tja Will ich das Oh 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 Okay Back of the room Also hier oder was Ah nicht da Okay Das ist Was geht jetzt ab Also es vibriert Also cool gemacht ist das ja auf jeden Fall Hey meine ganzen Sachen Nein Oh Ich fliege Ich bin in der Luft Ist das richtig so Ich glaube nicht Ah ok doch Na Das war glaube ich Irgendwie ein bisschen merkwürdig Dass ich gerade in die Luft geflogen bin Oder Vielleicht habe ich was falsch gedrückt Aber es ist auf jeden Fall Sehr sehr cool gemacht Also das kann ich schon mal sagen Ah guck mal Kann man die wahrscheinlich Annehmen Und abnehmen Oder ein fortitude Employee Oh Wait a minute Is this microphone Even working Can you hear me Wave if you could hear me Ja Oh Das habe ich getan Oh Oh Was hat er Wehen Fleischsäcke Ja, ist jetzt mal gut. Reisealobbis. Äh, okay. 3D-Drucker. Achso. Ah. Ah, wir müssen den vergleichen, okay. Re-jig your memory. Your watch has been upgraded with tooltip technology. So you can get info about things in your booth. Hold the button down on the watch. And aim it at the shift display to try it out. Ha, 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 ha. 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 Ha, ha. Ha, ha. Hold the button down on your watch for a short time to open tooltip mode. Habe ich jetzt nicht kapiert, ehrlich gesagt. Den Knopf auf der Uhr gedrückt halten. Hm. Habe ich jetzt nicht so kapiert? Ach so. Ach so. Ach so. Ach, das ist aber nicht so geil gemacht. Also, ich habe ein Auge auf deinen Timer. Das kann sich von Tag zu Tag ändern. Let's check out something else. Hold your watch button down again to close tooltip mode. Ja, hab ich ja. Okay. To process a robot, you need to stamp the travel pass. With either a pass or a fail stamp. Okay. Over here are your booth stamps. Take one and use it on the travel pass. Satisfying, isn't it? Ha, ha, ha. Sehr schön. Jetzt geht's los. Cool. Was für ein Next Button? Der hier? Ah. Da ist er. Äh. Hi. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist das nicht... Alton. Den haben wir ja, ne? Gültig bis... Fertigstellungs... Tja, ist noch gültig, ne? Ist ja klar. Und jetzt gucken wir mal. Ja, da fehlt... Ja, wie ist denn das jetzt? Da fehlt zum Beispiel dieser Aufkleber, ne? Aber das Modell scheint ja richtig zu sein. Worauf muss ich denn jetzt achten? Klasse Arbeiter. Ja, das ist ja eigentlich richtig, ne? Dann geben wir dem mal einen grünen. Ich weiß aber nicht, wie... Wie detailliert das alles sein muss. What denn? Hä, wieso... Wieso tut er denn jetzt so ein Gesicht ziehen? Ich hab dem doch... einen grünen Stempel gegeben. Nächster. Leistung des Schalterbarn. So, die haben alle so einen Button. Okay. Äh, gültig bis... Ja, das ist nicht mehr gültig. Das kann ich direkt ablehnen. Ja, Junge, da musst du dich drum kümmern. Ja, hier schön zum Bürgeramt. Ne, neuer Ausweis. Kosten zwacken. Ach ne, wir sind ja nicht in Deutschland. Äh... Komm, nächster. So, der ist schon mal noch gültig. Fertigungsdatum ist ja... Ja, muss auf jeden Fall vorher sein, ne? So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen einen Arbeiter. Genau. Und der... Model Olsen. Ja, ne, das ist das falsche Modell, ne? Das ist ja total falsch. Tschüss. Ah ja, dann machst du halt richtig, Junge. Kann ich das wegschmeißen? Ja. Nächster. Sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne? Das ist ja verrückt, das Spiel. Hä. Äh, genau. Das ist der Orton. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Das ist richtig. Name Pris. Fertigung. Ja, da würde ich sagen, das läuft. Bitteschön. Next. Müssen wir das vollkriegen? Shit. Ey, Junge. Da würde ich am liebsten jetzt den roten schon drauf machen. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben einen Roller. Roller, was auch immer das bedeutet. Harley. Ja, ist falsch. Ne, das bist du nicht. Junge. So. Nimm das und sieh zu, dass du Land gewinnst. Da lang. Junge, Junge. Was bist du für einer? Modell Alton. Das kenn ich ja mittlerweile schon. Äh, ja. Das ist richtig. Arbeiter, bla bla bla. Fertigungsdatum. Das ist auch noch gültig. Läuft. Hier. Bitteschön. Hast dich gut drum gekümmert. Da geht's lang. Ja, guck. Wir haben's. Kann man den Tag schon vorher beenden? Weiß der Geier, ne? So. Ah, der ist noch ganz jung. Guck mal. Fertigungsdatum vor zwei Jahren. Roller. Roller Harley. Das ist richtig. Ja, das ist der Richtige. Ist der Richtige, ne? Tschüss. Next. Dankeschön. Oh. Neunter Vierter. Wir haben den zehnten Vierten. Ja, das tut mir ja wirklich jetzt leid, aber... Da kann ich keine Ausnahme machen. Ja. Wir müssen das ja... Es sei denn, lässt man einen Fuffi rüberwachsen. Nein? Okay. Hä? Hä? Hey, ist da noch gar nicht... Hä? Hey, ist da noch gar nicht... Schon irgendwie cool, oder? Ah. Ja. Ah. 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 Okay. Was denn? Was soll ich machen? Nix. Yeah! Cool. Ist ja schon irgendwie lustig. Irgendwie mag ich das. Für den nächsten Level müssen wir jetzt 20 Roboter korrekt abfertigen und dürfen nur 3 Fehler max. Weniger als 3 machen. Ja und ich muss die nächste Schicht machen. See you again tomorrow. Hehe. Irgendwie ist das cool. Na, da werden natürlich jetzt noch mehr Aufgaben hinzukommen und so. Geh ich mal von aus. Ja. Oh. Was geht denn hier ab? Welcome to your new apartment. To help you feel at home we sent a salvage bot to recover your belongings. They may have got a few things mixed up, but at least it's all in one convenient pile. I was hoping to give you a bit of a tour of the place, but with all the citywide disruptions I do need to run. I've uploaded our welcome pack to your home drone, so they'll be able to run you through the facilities. Oh, and before I forget, I've sent over your official Fortitude Smart Gloves that will make life a little easier. Get settled in and I'm sure we'll have a chance to speak again. I'll see you already. Ne. Du nervst. Haha. Guck mal. Wie sieht sie jetzt aus? Oh. Good evening. A delivery drone has arrived with a package. You can collect your deliveries from the drop off station. Drop off station? Wo ist die denn? Ah, hier oder was? Cool. Das wird ja wohl der 3D Drucker sein, ne? Nein, das wird ja das alles gut. Geil. Da ist es aus. Und das ist auch der Lagerhersteller. Ha. Geil. Hier haben deine Workgloves mit exklusiven Extensionsgrab hardware für all dein bayeren retagstenten. Was y'all? Wie ist das denn? Cool. Giby-gig. Giby-gib-gib in diese St���-Gab-Version? Wie ist das denn? So, wir müssen den B-Knopf gedrückt halten. Ja genau, das kennen wir schon. Hier kannst du deinen aktuellen Rang und die Anforderungen, um aufzuhalten. Jeder Rang kommt mit extra Perken, wie neue Items in der Employee Reward-Katalog. Diese Storgeräume ist fast so groß wie dein altes Apartment. Ich bin sicher, dass du hier alle Art und Weise auswendige Objekte bestätigen kannst, um Dast zu füllen. Useless Objekte. Wie denn? Na dann mach. Macht der da jetzt was? This is your primary terminal, where you can access news and messages, as in your old Apartment. As a fortitude employee, you now have access to the Employee Reward-Katalog, where you can... Oh oh. Select the shop app on the display, to take a look. Here you can see how many products you have, and what Items are currently available. Locked Items require a specific rank to access, shown on the icon. Any orders will be delivered by the drone right away. So keep an eye on the delivery drop-off point. When you are, you can press the home button in the top right to get back. Steak. Okay, hier können wir jetzt verschiedene Sachen, aber das ist fast alles nur so Einrichtung für unsere Wohnung, ne? Ups. It has everything you could possibly need. Apart from a toasting unit. I will investigate its absence. The final stop on the tour. Your bedroom. Bedroom. Nice. The bed includes integrated vitality sensors. No need to be able to get it while living here. When you are ready to sleep, just press the button on the panel here. Was? Wer? Wo? Ich habe nicht zugehört. Ah. Schlafen. Jo. Ja, das ist aber echt irgendwie cool, ne? Irgendwie sehr, sehr chillig. Tag 2. Zimmer. Junge, aufwachen. Oh. Geil. Du magst einen ungewöhnlichen Sensor des Komforts, wegen diesem Bett mit Padding. Do not worry. This will quickly fade. Hihi. To help you adjust, I have set up a new morning routine. I have also adjusted your news preferences to better suit. Und? Dem, der, dem, dem. Das ist ja schon geil. Das ist der Main Terminal? Was will er von mir? Hier? Ah, okay. Müssen wir von der Seite. Ah, jetzt macht er sauber. Oh, okay. My visual senses maybe malfunctioning that does not much my readings of your appearance So Ja, cool, oder? Also, wir können da dann quasi in den nächsten Tag gehen. Sehr, sehr cool. Was gibt es hier noch? Käse. Dating. Unsichtbar. Fleißig. Ja, super. Oh, oh. Was geht hier? Nix. Ja, so sieht das aus. Ich finde es eigentlich ziemlich knuffig gemacht. Ja, muss ich sagen. Und ja, müssen wir schauen, wie das jetzt mit dem nächsten Tag ist. Ich werde an der Stelle auf meinem englischen Kanal weiterzocken. Wenn ihr das schauen wollt, unter dem Video findet ihr den Link. Ja, mir gefällt es bis hierhin sehr gut. Ja, und wir gehen mal zurück ins Studio. Und dann reden wir mal darüber. Ja, Leute. Boah, da, Bots, VR. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gespielt. Und es wird tatsächlich immer interessanter. Du musst nämlich jetzt auch diesen kleinen Batch, der an den Robotern manchmal dran ist. Sieht man das hier irgendwo? Da sieht man, dass diesen kleinen Batch, den musst du vergleichen, ob der nicht gefälscht ist und so. Dann musst du die von allen Seiten betrachten. Dann hast du manchmal, sind einige Marken von Robotern gebannt an dem jeweiligen Tag. Du musst auf immer viel mehr Sachen achten. Und beim zweiten Tag habe ich tatsächlich schon einige Fehler gemacht. Wie gesagt, schaut gerne mein englisches Video dazu. Und also mir gefällt es wirklich gut. Also ich hatte Spaß damit, ja. Und dann kannst du halt deine Wohnung ausstatten. Du kannst neue Handschuhe kaufen und so. Ich fand es nicht schlecht. Ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Und macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wie gesagt, unter dem Video findet ihr den Link, falls ihr das Spiel kaufen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.